ich schieb dich da rum ich will jetzt warm werden hier nix handeln jetzt hat er warm mal 15 jetzt reden oben das blaue ding weg das kälte ding geht weg wenn ich jetzt hier stehe ja ich mache jetzt immer mal wollen wir sich aufwärmt schon aber ich bin auch wie krank warte mal ich brauche irgendwas verbands körper zu heilen ich brauche irgendwas zum heilen ich habe was war der tee was ich habe was ja ihr habt ihr was wenn ich handle könnte das habe ich aber das bringt das was gesunde hat dass sich der verband drücken nimmst mal macht dass ich ein verband habe ich schon gemacht mal was schon mal gemacht ja plus zehn und hier so haben alles raus das führt sich aber ich habe immer noch so krank fieber fieber ja irgendwie ganz unten ist so ein ding fieber ding glaube ich oder kalt immer noch ja ich denke jetzt noch mal so ein ding schnapps hier jägermeister ich habe noch ein bisschen was zu trinken so du bist angetrunken macht die scheiße guck mal ach du scheiße die schon schwank ich habe auch keine mehr ist kaputt gegangen alle achtung deckt da zu sich gleich bestehen bestimmt netischen arbeiter jawohl krankheit minus eins nein ich bin im gefängnis ja endlich 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 62 prozent bin ich irgendwie fieberig leg mich doch mal geschlafen im knast ich dachte wir wollen die mission mal machen ja aber jetzt muss ich mir erst ausruhen hier bin jetzt so ein trockenen ort endlich mal ausruhen komm jetzt bevor ich verreck hier ja ich bin gleich da ich weiß wo du dann bist ich kenne den ort schon was ich hab kalt ja kannst du jetzt schlafen ich weiß es geht nicht das habe ich mir erledigt ach so scheiße das habe ich gar nicht gemacht ich habe nur gehofft wie der stöhnt alter muss ich machen hier geil wenn du eine tüte mit lebensmittel etwas nie mitgefunden hast bringt sie zum fenster man findet sie manchmal in müllcontainern man findet sie manchmal in müllcontainern man findet sie manchmal in müllcontainern wie lange das dauert zum scheißen so lang scheißen krass dann kann nämlich eine moral ist gebrochen tschüss muss ich halt erst mal ein kippchen rauchen komm so wo kriege ich moral zurück muss ich irgendwas saufen Toilette benutzen er steht da bei mir Toilette benutzen so endlich ist wieder Tag und schön warm das ist wieder so ein Typ der hat mich wieder geklaut das sind diese mit dem Mundschutz mit der Maske denn du darfst nicht zu nahe kommen die nehmen dich direkt aussehende Weihnachtsgans was muss ich denn jetzt hier machen komm jetzt etwas für fester wenn du deine tüte mit lebensmittel gefunden hast bring sie zum fester ja ich bin dabei die zu suchen was soll die sein die scheiß tüte äh neben den müllcontainern aber ich find keine wenn die bundes sagt bescheid ich bin ja in einem Haus drinne ach ich hab zwei Rätsel drin haha komm jetzt lieber hierher kann ich was ich hier machen muss ich auch schon die Rätsel machen hier oh Bild unseres Erlösers jawoll jawoll oh nein oh nein die Polizei hahaha nein hoffentlich 100 Dollar muss ich zahlen geht klar ich muss dich 100 Dollar diesen Bullen zahlen warum jetzt warte ich bis der weg ist ja weil er mich erwischt hat bei einem Müllklau bei einem Müllklau kann ich nur am Stich hin machen boah ich hab Dietriche gefunden jawoll Mann boah jetzt kommt der Schläger er wollte doch nichts von mir geil keine Dienste mehr merkwürdiger Stoff wo ist denn jetzt diese scheiße Mühe hab ich so viel Mühe gegeben für so einen scheißen 100 Dollar verloren also ich weiß nicht das hätten sie auch ein bisschen anders mag ich weiß nie wo du bist ich bin in dem Kreis wo ich da für Fester irgendwas suchen muss ja ich auch du auch du auch ja bin ich auch rede ich aber nicht hier wo du vorhin direkt bist fast beim Pornshop ach wo du wo du Dinge verkaufen kannst gebrauchte Sachen verkaufen kannst oje wenn ich jetzt wüsste wo das ist du auch ja auf das hast du es gefunden ich such grad ich auch da wo ich eigentlich den den Müll aufgesammelt habe vor allem Hotel da bin ich jetzt gerade auf dem großen platz da ist doch nicht im küchenchef dahinter in den zu dem eingang und du wollen verreckt ist da bin ich immer noch ein paar mal im kreis ein motorrad das ist ja nicht in dem kreis doch genau in dem kreis scheiß tüte wie lange suche ich jetzt schon ich sehe dich